Jo, auf jeden Fall, ähm, wir spielen Morrigan, äh, ja, wundert euch nicht, ich spiele mit einem Kollege, der spricht nur Englisch mit mir, also nicht gleich ausrasten, ich spreche immer noch zwischendurch Deutsch, ja, wir spielen Morrigan in der Midlane, so, was bauen wir dann? Ich spiele sie echt nicht oft, deswegen habe ich gerade nicht wirklich plan, was ich bauen soll, aber schauen wir mal. Dino, was ist der TeamComp? Whose TeamComp? Our TeamComp? No, theirs. Oh, äh, it's, it's like, ähm, Vulkan Support, Vulkan Support, Rama ADC, Poseidon, äh, Mid, Mercury Jungle. Ich behaupte es jetzt einfach mal, es könnte sagen, es könnte auch nicht sein. I had, like, a Vulkan Support once and it was fucking annoying, but I don't know, maybe it's something else. Well, at least Rama is here. No, Vulkan is mid. Ah, ah! Er bewegt sich so, verfickt nochmal die Gürtel. Oh man, das ist so hart. Jetzt habe ich so viel Farms verloren dadurch. So, es ist Merkwys surprise. Interessant. Ist es? Ja. Oh ja, stimmt. Es ist Merkwys support. Poseidon, ein Poseidon Jungle. Ja. Der Fall war das. Ja. 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 Digger! Immer diese beleidigten Pisse. Ich habe keine Manor. Er sagt, er geht weg. Du bist ein Idiot. Okay, ich bin zurück. Ja. Ah, werde ich Bankroft fertig kaufen können? Das wäre gut. Ah, naja. Aber ich werde irgendwie grüner werden. Ich werde meine Bankroft fertig machen. Dann warten wir mal, bis ich meine Bankroft fertig kaufen kann. Das wird mir ein riesen Power Spike geben. Oh shit. Ich wusste es, nein. Ich war zu grüner. Ich hätte einfach packen sollen nach dem Mainz, aber die Gier war einfach zu groß, Leute. Ich bin zu groß. Mercury Support, Alter. Ah, er hat mit Tellurius angefangen. Okay. Ah, die werden es verlieren. Dieses Mercury Supporting ist nicht die beste Idee gewesen. Die haben an sich auch kaum CC. Also völlig mit uns. Fast nichts. Okay. Und jetzt... Das ist ohne Eins, Kollege. Es war nicht vulkan, die Gefühle. Das war nicht vulkanter. Ah, nur Alrighty. Was ist das für uns? Was ist das für uns? Ja, okay. Nice, easy. Vulcan Beats down, läuft. I don't know what the Mercury is doing, but let's see. Okay, it's fine, it's fine. Nice. The Mercury. Yeah, the second can't be. They will all flame on the Mercury, I guess. For good reasons. Behind. Thanks. You rock. If you had one ability, you could have killed the Poseidon. Yeah, but I used my three to get away. Instead of going in. At least you survived. Yeah. That was the important part. We'll see that we still get good movement speed, because it's still important for Morrigan. I'm on my way, if you can bait them. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. Oh shit. Ich hätte mich in alles verwandeln können außer wenn das Ach wer hat das gierig Ah 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 warum ist Poseidon da Ah das war schade Ja my bad I should be fighting there Das war dumm I love it I'm bang It's 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 great all low levels yeah okay everyone thinks they're they're pro yeah it is we're here Loki all done Vulkan-Ultan Hallo Wir können uns hochheilen, das ist kein Problem. Das ist zu red. Wir sind zurück. Wir müssen uns auf jeden Fall was fürs Mana holen. Ich denke da wird ein Doom auch ganz gut sein. Wir müssen uns hochheilen. your team has destroyed a right haha um work you 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 art miss come you you go oh that's so sad zip relics is so bad they have a ward mid bottom right we should do gold yeah but like artemis is taking too long they're ready yeah they're coming there don't mind it oh shit wow i was got it wow work around gold i'm out of the fan midline and this ovulix is so bad oh the planes again the planes again so no we got mid tower there it's fine i'm on my way with posein ult on my way on my way you 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 nice 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 job dude morrigan damage is crazy yeah certainly on a on a third basic i he mean i it's stupid Oh, die Welt ist nicht mehr in mid. Merkui kommt nach links. Ihr solltet ihn, einfach geh dahin zu gehen. Poseidon kommt auch. Nice, dude. Er ist echt noch davon gekommen. Oh mein Gott. Der ist so hungry. Der Poseidon ist bei denen. Ah, Vulcan auch. Ja, die Ulti von Poseidon ist halt besser zu treffen als die Vulcan Ulti. Aber schauen wir mal. Ich denke mal später werde ich mich eh eh... I'm not farming. At all. Yeah. Shut the fuck up. Poseidon Beats. Auf. Räuft doch. Auf. Dude, der Losing the fight so hard. I just clean up. Ich räume einfach auf hier. Okay. Let's take Towers. Let me check this real quick. It's up. Take it. Und. Knoll. Wurd. Yeah, fight fight. Auf Poseidon im Waiting for ein Old. Und. Und. Das ist gut. Das ist gut. So, keine Zeit verschwenden. Ja, ja, jetzt bei der Roof out, ja. So, wir können unser Doom-Op fertig kaufen, dann haben wir auch mal schön movement speed. Wave sollte ich noch mitnehmen. Schauen wir uns, Penetration, Healing haben sie nicht. Ja, was holen wir uns da? Das ist auf jeden Fall eine Weile her, dass ich gespült habe, Leute. Also, fühlt sich irgendwie wieder mal wieder mal wieder, fühlt sich ein bisschen komisch an. War Zeit. WTF? WTF? Alter, der wurde ja ausgelöscht. Oh stimmt, ich muss noch Pulli kaufen, voll vergessen. Kauf ich zum Schluss. Das hat der Hund gekauft. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Geh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Geh, ich versuche es. I don't have shield. He died, he died. Oh, I'm dead. Watch out! That's a bit too much. I guess I need blank. I thought I'm on the Poseidon Ulti. Eh, on the Ulti on Poseidon, but... That wasn't that. Why the fuck is he just AFK farming? And he's still level 17, piece of shit. I fucking hate those kind of guys. Just because I didn't follow this Mercury who was just chasing her in the beginning, you know like that. But like, it's better when we ignore him. We can still win the fights if all four of us are fighting. ... ... ... ... ... Ouuuch! Das ist verdammt! Das war's für heute. Behind us. Nice, 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 nice. Da haben wir gut aufgeräumt. Oh, das ist ein Augenblick. Ist das wirklich? Artemis. Nein, ich will nicht. Was ist er? Er ist nicht helfen. Ah, ich sollte schon Anti-Healing kaufen, weil Poseidon wahrscheinlich auch mehr Anti-Healing muss. Don't lure them to a stick, warum bringt er die zu uns? Oh, das ist das. Er ist voll in meine Sachen lang geflogen, Alter. Wir gewinnen einfach ohne den Jungler. So muss es sein. Er braucht schon einen dreckigen Jungler. Er braucht die schon. Ich habe nichts mehr. Entschuldigung. Nein, nein, ich bin gut. Ich habe gerade richtig unnötig gemacht. Ich war zu gierig. Jetzt holen wir den Poli. Wenn er die weghält, könnte er zumindest noch den Phoenix nehmen. Aber ich hoffe, wir gehen nicht auf dem Mercury. Nein! Okay, das ist tot. Das Terrorist Priest, man. Er ist Bullying, dann. Oh, kurzer. Du hast ihn so sehr schnell geschaut. Und er ist tot. Da war er zu... Er war zu grüß. Er war einfach zu gierig. Auf den Moment, Poli. Sag mal, es gibt das Bild, Vulcan, krieg ich es noch, krieg ich es noch, ja, easy. Ich denke mal, Soul Reaver wäre gar nicht mal so schlecht. Mökl hat schon viel Leben, doch, warte mal. So. Ja, ich kann das mal wiederholen. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir wieder links kämpfen sollten. Ein feieres Backup. Hier. Wollte ich mir Shaman's Ring für Boots? Ich habe an sich voll wenig cooldown, merke ich gerade. Er ultet. Ok, er hat eher alle 10 Sekunden ultet. Oh boy. Das Auge-Lex ist so bad, dude. Oof. Oof. To fire. Ja. We should have just pushed. Yeah, bad like. We have to listen to all the calls, otherwise we are alone. Dude, I will look such a bot man. Fine. Okay. Ehhhhhhhhh. Now what we should do is shoot. Immer die Toten sind am redensten, unglaublich. This dash is down. Nein. Nein. Ich heule. Ich heule. Oh, da Alex. Ah man. Oh 4000 Gold. Dann holen wir uns das Mana und cooldown. Und für Bancroft zu uns auch aus dem Q-Dawn. Q-Dawn Power. Und für Honolens Defense, das ist gut. Okay, jetzt müssen wir wirklich noch einen Phoenix nehmen. Gucken wir mal wie das Build laufen wird. I'm on my way. Ja, der Damage ist ein bisschen zurückgegangen auf dem Fall. Aber ich habe auch Shaman's Ring noch nicht gestackt. Ja. Okay, his route is down, just push. Dann nochmal police stick. Oh my god, oh my god. I'm so good, I'm so good. Oh shoot, no one is going for the titan dude. Oh my god. Our item is back. Take this Bungage off. Okay. This earlyx was really not available to the camp. Really zero. At least my tips is almost stacked. What? Your tips? At least my tips is still not stacked. It was my last item. Oh, okay. Stupid. Oh, dude. He thought he was too. Hey guys, I think he was too late. Hey guys, I'm afraid. I'm afraid. Oh. We're taking a blinder here. Well, I have a lot of luck Let's go Ah, they were a bit too far from me to hit them Shoddy Nice Nice Angst Digi, wie haben dieses Game gefi- Welp Du, Morrigus broke Wtf Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt euch Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere Wft 여기 Lo Pokemon Dramatische Maury Rohr further Les I 킨 up